So, jetzt kommt mal das Finale. Jetzt kommt's. Finale. Hallo und Herzlich Willkommen. Hi. Willkommen. Finale. Deutlich sind wir jetzt rot bei mir. Und ich sehe schon... Ich würde mal lieber hinter den. Das ist schon 11.45 Uhr. Wow. Yo. Aua. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich komme... Aua. Dieses Vieh rastet aus. Das Vieh macht mich sauer. Ich kann ja auch keine Rüstung sein. Aua. Oh, fuck. Komm, die gehen im Rückendeckung. Steh auf. Ich bin der einzige mit Level 6. Der ist noch viel Level höher als ich. Ist ja nicht schlimm. Au. Oh, der hat mich gleich... Ich brenne. Ich bin der nicht jetzt lou. Ich bin der von der ich in der decreten. Oh. Oh. Ich bin der denn. Ich bin der in den Kuchen. Was ist das nicht beschütigt? Ich bin der Mensch. Ich bin der Mitsch. Das war's. Ah, fuck this. Ah, man. Ah, man. Das Vieh mag mich nicht. Ah, man. Ah, man. Ah, man. Ah. 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 auswählen geben wir jetzt jetzt nicht zu gehen für diese scheiße ächste das das wirklich faustig unter den ohren jetzt gehen wir zum level und den knappen uns vorkommen die feierband schlag hoch eine verliebte was ist das der Tor sag mal wo bist du diese Lava extra klingt keine Gnaden aber wie da gehe ich lieber zu dieser grünen Exel das was ich hab nicht genug erfahrung für so ein Vieh Aua ein Drei Tore? Alter, warum ist das nicht so einfach? Nur wenn man unter ihnen ist. Und versuch mal nicht die Lava zu rühren. Au! Das hat weh. Au! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia Mamma mia, 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 was ist das für eine Eidechse? Feuer, Flammbürfer, ein Flammbürfer jagt mich, Hilfe, lass mich. Das hat gesessen, und das hat auch gesessen. Hey, die Riesen-Level-Elfer-Eidechse ist dauernd. Toll. Die Godzilla-Echse wurde dauernd gemacht. Wo bist du denn? Ich komme schon. Ich glaube, wir beide fallen. Hey. Wie viele Leben hast du noch? Also, Heilung. Ich kann nochmal schnell hier leben. Aua. Dann wäre er so viel Schaden bei mir machen. Wir sind aber in Abstand zu halten. Hilfe. Keine Spritzen mehr. Keine Spritzen mehr. Oh. Ich hab schon. Alles gut. Oh. Das Vieh hat's echt faustig unter den Ohren. Geht's erstmal weiter! Oh. 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 Fuck. Oh. Oh. Fuck. My. Oh. Fuck. beinahe ich bin deutlich die schwach ich bin blitz vielleicht noch nicht mal viel schon bei dem abstehen jetzt stehe aus das bildbieter ich alle da um er darf nicht sterben der letzte ich brauch mal Hilfe hier ich bin nur aufgestanden er lässt mich nicht aufstehen kreise kreise ich kann nicht mehr nächste da das hat gewissen netto ich glaube wir sind gleich alle droht Autsch! Wieso ist es da in der AFK? Tito rettet einen anderen Freund, bitte! Ich komme hier klar! Das war ja gut als Hirschler! Der Scheulert mich weg mit seinem Schwänchen! Die Echse will es wissen! Ich merke schon, die Echse will das wirklich wissen! Diese Echse mag mich nicht! Die hat ein ganzes Auge auf mich! Ja, genau! Scheißdämliche Echse! Das Auge auf mich! Hä? Jetzt fressen mich! Hier! Das gibt's doch nicht mehr! Der hat Auge auf mich! Zeug! Ersehen, aufpassen bitte! ich bin schon wieder wohnen das gibt es doch nicht witschweinig am boden dieses vieles wissen ich glaube hier wäre es nicht so effektiv auf auf